Und damit hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und heute, naja, mehr oder weniger im normalen Rhythmus. Hoffe ich, sind die warmen Wochen hinter uns jetzt, geht es weiter mit Lightspeed, beziehungsweise in diesem Fall Hyperspeed, was ja für Micropros Spieler, die Deluxe Gold Version von Lightspeed ist. Und ich zeige euch das, diese beiden, dieser Sessent und Ragnarok Cluster, die sind in dieser Version neu. Ein paar Grafiken, ansonsten ist da nicht mehr viel. Ich hatte das letzte Mal den Cerberus Sektor angeguckt und der war schon um einiges anders und ich war überrascht darüber, wie anders der war, weil ich es mir so vorgestellt habe, dass man im Prinzip immer wieder das Gleiche machen muss, nur dass die Positionen der Alien-Planeten und so weiter anders sind. Das ist aber ganz und gar nicht so. Jeder dieser Cluster, zumindest habe ich das Gefühl, hat eine eigene Story. Und jeder Cluster ist immer viel größer wie der andere. Und um mir da sicher zu sein, werde ich jetzt mal den letzten auswählen. Wir werden den gleich nicht spielen, weil ich den Hayades Cluster nochmal spielen möchte, weil ich glaube, weil der halt sehr klein ist, kann man da am einfachsten die Art und Weise verstehen, in der dieses Spiel ja designt ist. Dieses Spiel anders wie fast alle Microprose-Spiele, vielleicht mit Darklands und natürlich den Point & Click Adventuren. Von denen mal abgesehen ist ist dieses Spiel mehr auf... Ich glaube, die Story liegt im Vordergrund. Das ist sehr selten. Also ich würde nicht mal sagen, dass das bei Darklands so ist, weil da steuert man ja... Steuert? Stolpert man ja in die Story mehr oder weniger rein. Bei den Adventuren, weiß ich nicht, Phantom der Oper und so, Rex Nebula, ist es natürlich klar, dass das irgendwie der der rote Faden ist, das Zugpferd, was den Spieler durchs Spiel ziehen soll. Bei allen anderen Microprose-Spielen ist es eigentlich... Ich will jetzt nicht sagen, das Game Design, das würde man wahrscheinlich heute sagen, aber das Game Design ist nicht umfassend genug, weil viele der Game Design Elemente simulative Elemente sind bei den ganzen Vehikel-Simulatoren oder aber strategische Elemente sind, wie zum Beispiel bei Civilization oder bei Master of Orion, was ja nicht so wirklich ein Microprose-Spiel. Wobei man sagen könnte, Simtex hat die meisten Spiele für Microprose gemacht, also vielleicht doch irgendwie. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Es geht bei Hyper-Speed und bei Light-Speed ist, glaube ich, das Zugpferd, was den Spieler durch das Spiel zieht. Nicht wie in allen anderen Microprose-Spielen oder in den meisten Microprose-Spielen von den Adventuren abgesehen. Die Spielmechaniken, sagen wir es vielleicht so, die Spielmechaniken, sondern die Story. Und ich glaube, das ist hier auch so. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum es vier Adventure gibt und dieses Spiel von Microprose, was die Story als Zugpferd benutzt, weil ich glaube, da ist Microprose nicht gut drin. Deswegen bin ich so ein bisschen neugierig, warum dieses Spiel in so einem frühen Stadium oder in so einer frühen Evolution von Microprose existiert. Die Adventures und so sind später gekommen. Wenn man von Lightspeed ausgeht, ist auch Darklands später gekommen. Alle Spiele davor waren Simulationen, Strategiespiele ohne jegliche Story. So gesehen ist dieses hier wahrscheinlich das erste Story-Spiel von Microprose und es hatte keinen Erfolg. Das heißt, sie sind damit ganz schön auf die Nase gefallen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung darauf hatte, wie sich die anderen Adventure-Spiele oder auch sogar Darklands innerhalb des Unternehmens gerankt haben von Entwicklungsressourcen. Ich vermute mal, dass es der Fall war. Ich hoffe, dass ich überrascht bin, weil wir hatten ja schon mal festgestellt, dass die Story gar nicht so linear ist, wie man sich das vorstellt, sondern dass man sich so ein bisschen entscheiden konnte. Da waren ja irgendwie die Brutemaster oder wie die hießen, die gesagt haben, okay, wenn du die und die und die Rassen vernichtest, helfe ich dir, kannst du den Planeten haben. Und die anderen Rassen haben gesagt, hilfst du uns, die und die und die zu vernichten, dann gehen wir dir auch einen Planeten. Also man merkte schon, dass da mehrere Interessen waren, äh, den, ja, die Menschen, die Menschheit auf seine, auf ihre oder seine Seite zu ziehen. Das heißt, es gibt mehrere Herangehensweisen an dieses Spiel und ich bin jetzt gespannt, wie groß Ragnarok ist. Ich messe das einfach nur an der Anzahl der Sterne, weil ich glaube, jeder dieser Cluster auch eigene Aliens hat. Also im Hayatis Cluster trifft man andere Aliens wie in diesen Clustern. Und ich hatte ja am Anfang so ein bisschen mich enttäuscht darüber geäußert, dass das Gameplay oder die Spielmechaniken, sorry, dass die Spielmechaniken nicht so ausführlich sind, wie in den anderen Simulationen von Microprose. Ich glaube, das könnte aber eine vielfältige Geschichte wieder wettmachen. Ich glaube aber auch, dass gerade zur damaligen Zeit jemand von Microprose, wenn ich das als Tester oder als Spieler aus dieser Sicht betrachte, was ganz anderes erwartet hat und ich mir gar nicht sicher bin, ob man da so weit gespielt hätte. Also, wir gucken da jetzt mal rein. Manual Sektion 7.2.1 Finish the first word on line 3. 1, 2, 3, you. Okay. Ja, okay. Den obligatorischen Angriff, den man gleich am Anfang überstehen muss, der scheint auch irgendwie immer gleich zu sein. Gibt es ja aber noch, aber in diesem Cluster sind wir, oh, und ihr merkt, ich kann so zur Seite steuern und so. Ich habe nämlich einen Joystick diesmal dran. Wie viel gibt es denn hier von den Jägern? Okay, das hatten wir vorher noch nicht, dass wir von so vielen gleichzeitig angegriffen wurden. Oh. So viel scheint aber... Okay, so eine Rolle hat auch noch nie jemand vorher gemacht. Okay. Ich habe jetzt Lädtaste gedrückt gehabt und konnte da... Da oben rechts blinkt was, also im Waffensystem. Schluck Kaffee. Wie schnell das geht, dass man während so ein bisschen spricht, ich gucke auf die Uhr, acht Minuten, dass einem dann der Mund trocken wird. Aber was ich noch machen wollte, alt J, und dann den Joystick bewegen. Der ist nicht ganz so hundertprozentig kalibriert, weil ich zu schnell gedrückt habe. Ihr kennt das ja am Anfang. Ja, jetzt geht er gar nicht. Äh... Das geht auf jeden Fall hundertmal besser wie die Maus. Also mit Maus kann man das überhaupt nicht steuern. Mit Tastatur geht's. Ich drücke jetzt runter. Und ihr seht, dass da so eine Pause ist, bevor er dann rüber geht. Naja. Naja. Okay, schauen wir mal, was kaputt ist. Naja, hier ist einiges kaputt, da haben wir auch keinen Ersatz dafür. Das war's aber. Die Main Gun, na, okay. Okay. Ähm, ja, das ist die Maussteuerung. Ich bewege jetzt nach rechts. Und ihr seht, die funktioniert irgendwie nicht. Ähm, die ging in Lightspeed schon genauso wenig. Was mich so ein bisschen vermuten lässt, dass es vielleicht irgendeine Emulationsgeschichte ist. Das... Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Maus absichtlich so komisch gemacht haben. Aber wie auch immer, wir benutzen jetzt den Joystick und belassen es dabei. So. Ähm. Ich hatte eben schon gezeigt, ähm, dass man ja hier auf den Dingens steuern kann. Und das ist das Geschütz. Und das geht auch ein bisschen besser. Das geht jetzt viel, 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 viel besser. Ich habe auch eine zweite Joystick-Taste, aber... Ja. Keine Ahnung. Müssen wir noch rausfinden, wofür die gut ist. So. Ähm. Das von hier nicht. Okay. Hatten wir das letztes Mal nicht auch, dass es abgestürzt ist? Ah. Das ist ja interessant. Letztes Mal hatten wir es, dass es abgestürzt ist, als wir auf den Colony-Screen geklickt haben. Ja, ich würde sagen, ich bin gleich wieder zurück für sowas nochmal. Und damit wieder Hallo. Ich hoffe, ihr habt das Geröre nicht gehört. Und willkommen zurück. Ich habe jetzt, äh, also für euch ist ja nicht so viel Zeit vergangen. Für mich schon relativ viel, weil ich lange rumprobiert habe, woran es lag. Es lag an der DOS-Box-Version. Irgendwie, ähm, mit der, was ist das? 7, 4.3 geht es nicht. Ich habe hier eine 7.3. Damit geht es. Immer wenn ich in den Navigations-Screen gehe, äh, stürzt es ab. Wir hatten das ja letztes Mal schon im Colony-Screen, dass es irgendwie abgestürzt ist. Keine Ahnung. Liegt an der Emulation. Hallo? Das war ein Desaster. Okay, was auch immer. Ich wollte nicht, mein Dings, äh, mein, 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 meine Szenen durchschalten im OBS. Aber, weil ich Pause gemacht habe. Ist auch egal. Jedenfalls wollte ich auch sagen, dass diese Galaxie ungefähr auch so groß ist. Das heißt, ein bisschen größer, ein bisschen lang gestreckter. Das heißt, die Galaxie, die Anzahl der Systeme in der Galaxie ändert sich nicht. Nach hinten hin wird die nicht riesig groß. Aber es sind doch immerhin andere Geschichten. Vermute ich mal. Also, ich glaube, das ist ganz, ich bin mit 99,9% sicher. Um da aber 100% sicher zu sein, spiele ich jetzt hoffentlich mit euch die Erste durch. Den Ersten. Und wir schauen uns die Geschichte der Zweiten da nochmal an. Oder der Dritten. Weiß ich noch nicht. Jedenfalls sind da noch ein paar Folgen vor uns. Und ich würde das wirklich gerne machen, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Spiel so ein bisschen, naja, verkannt ist. Weil es glaube ich nicht das ist, was ich, was damals erhofft wurde. So. Nach einer Stunde rumgefrickelt und verschiedenen Einstellungen geht mein Joystick jetzt jedenfalls nicht mehr. Das heißt, ich bin wieder mit der Tastatur und der Maus unterwegs. Okidoki. So. Ähm, das hätten wir gecheckt. Äh, nee, das wollte ich nicht. Ist aber nicht schlimm. Wie komme ich hier nochmal raus? Eject. Ah, nee, Moment. Ähm, zum Hauptmenü. Ähm, man konnte irgendwie Spiel abbrechen. Genau. Alt Kuh. Ach ja, und letztes Mal kam irgendwie die Frage auf, äh, dass man nicht immer speichern kann, wenn man möchte. Also doch, man kann immer. Ah. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Alt S habe ich gedrückt, aus Versehen. Ach, das ist Notdrehantrieb. Oh, das sieht ja aus wie ein Wal. Oh, niedlich. Ne, ne Maus. Das sieht aus wie ne Maus. Da launchen wir mal ne Probe. Vielleicht wollen die mit uns reden. No Reply. Nimm dies. Äh, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich wollte zum, zum Hauptmenü zurück. Äh, Spiel abbrechen ist Alt Kuh. Ich glaube, dann gehe ich aber raus, oder? Ja. Man kann nicht zum, zum Hauptmenü zurück. Okay, damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und zum dritten Mal zurück. Wie auch immer. Geht jetzt, äh, ich habe den neuen, den Cluster neu gestartet, weil, also, der Joystick ging schon, aber er hat halt immer, als, immer so ein bisschen so, kennt er das, wenn die immer so, wenn die Deadzone nicht groß genug ist, macht er in der anderen DOS Box Emulation nicht, da geht dann der, äh, ist auch egal. So, noch ein Schluck Kaffee, bevor es dann jetzt aber, wirklich losgeht. Jetzt kann ich hoffentlich, enddrücken. Ja. Okay, die war ja irgendwie, immer gleich. Man konnte hier mit Maustaste durchklicken, aber ich mache das jetzt mit den, Punkt und Komma Tasten, beziehungsweise mit dem größer, kleiner Zeichen, wo jetzt genau welche Systeme waren, weiß ich zum Glück auch nicht mehr, das heißt, es wird auch für uns noch ein bisschen interessant. Bevor ich das aber mache, obwohl, das kann ich schon machen, das System schon mal aussuchen. Ähm, so, hat er das ausgesucht? Ich hoffe, er hat es ausgesucht. Wollte ich nochmal dieses C machen. Ähm, das war die Kolonieübersicht, die wir uns das letzte Mal angucken wollten und wo es abgestürzt ist. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht so richtig und das Handbuch schweigt sich auch ein wenig darüber aus. Äh, also ich habe jetzt ein neues Handbuch, was heißt neues Handbuch? Also ich habe jetzt das Handbuch zu HyperSpeed und das ist halt die, ein Handbuch, was wir so von Microprose halt kennen, im üblichen Microprose-Spiel. So, und der Kolonie-Bildschirm, da sagt mir das Spiel, der Kolonie-Bildschirm, die Taste C, bietet Ihnen immer die neuesten Angaben über Ihren Fortschritt im Sternenhaufen. Er listet die Menge der Ressourcen auf, die Sie momentan bei sich haben. Radioaktiv, organisch Material, Wasser, Metall. Wir haben uns ja schon mal gefragt, wie man das eigentlich sieht. Das wäre, glaube ich, dieser Screen. Aliens, mit denen Sie Fiendensverträge abgeschlossen haben, so wie alle Außerirdischen, die Sie vernichtet oder aus dem Sternenhaufen vertrieben haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Lightspeed diesen Screen überhaupt gab. Vertrieben haben. Weiterhin führt dieser Bildschirm jegliche Spezialkargo, finde ich auch gut, Cargo, mit K-A-R-G-O, ich glaube, also Spezialladung, sollte das heißen, in Ihrem Laderaum auf, der nicht aus Komponenten besteht und daher nicht auf den Maschinenraumbildschirm angezeigt würde. Also gibt es noch Gegenstände, die man ja, so wie bei einem Adventure Items, die man bekommen kann? Was sollte da sonst drin sein? Hm. Oder sind das die Mineralien? Aber die Ressourcen, darüber wurde ja schon gesprochen. Also ich weiß es nicht. Ähm. Ah, jetzt kommt es. Mit diesem Spezialkargo sind vor allem Bergbaukapseln gemeint, die stehen ja links, Mining-Pots. Doch kann er sich auch auf besondere Gegenstände oder Kreaturen beziehen, die sie während ihrer Reise aufgesammelt haben. Also gibt es dann doch noch solche besonderen Sachen. Der Kolonie-Status-Bildschirm unterbricht sie außer, äh, unterbricht, unterrichtet sie außerdem über die Zeit, die bei ihrer Reise vergangen ist. Ah, okay, das ist das Recht, dieses Time.0 Month. Und ob sie einen bewohnbaren Planeten gefunden haben, der für eine Kolonisierung geeignet ist. schließlich führt er die Leistungswerte auf, die ihnen einen groben Hinweis darauf bieten, wie gut ihr Fortschritt im Sternenhaufen ist. Sagen dann so ein bisschen wie bei den Sierra-Adventures die Punkte. Der Kolonie-Status-Bildschirm stellt ein nützliches Nachschlage-Werkzeug die sie regelmäßig auf ihren Reisen durch die Sternenhaufen benutzen sollten. Das machen wir auch. Also das ist das, was darüber steht. Im Handbuch steht so richtig vielleicht muss man das auch, ist das auch was, was man generell ausprobieren muss. Äh, Spindrive, J wie Jump halt, ne? Privateer. Nee, 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 nee. Mit denen wollen wir uns nicht anlegen. Die können wir jetzt einfach weghüpfen lassen. Und das ist schon mal eine Station. Da können wir eine Probe launchen und dann mit denen reden. Ah ja. You know, describe the glorious from the summer breeze. I belong to the Cisbeo who grace the cosmos with our presence. How have you choose to serve us? Das sind schon mal Arschlöcher, die kann ich nicht leiden. Oh. Zum Traden haben wir ja ehrlich gesagt nichts. Ähm. Ja, also, das hatten wir ja schon mal. Äh, wir können die jetzt ausfragen, was ich auch mache. Brutemasters are low thumb in both apparel and psych. Ja. Die Dimium. Die Dimium are scarce monstrosities with to fold their lives toward ruining the pleasure of others. Die Fell, ja genau. Disturbing sind alle immer disturbing, ne? Also die waren ja schon schon ganz groß. Bizarre seeing beings, nauseating predators. Ja, und nur sie selbst sind die perfekte Kreation. Kämpfen möchten wir mit denen nicht? Ähm. Ähm. you are a treasure silent. Are careful only the wisdom that matters with the truth who demonstrates their faithfulness and fortitude. Where are you going to serve us by destroying our foe and bring us useful data? Ähm. Die. Weil, da haben wir keinen Bock drauf. Mit denen will ich nicht. also so ne Master Race die können mich mal. Ja. Hallo. Ah. Ich glaub, das war vielleicht doch nicht der Joystick, sondern die Maus. Ich weiß es aber auch nicht. So, was haben wir hier? Das sind die ganzen Schiffe von denen, ne? Das sieht schon schick aus. Finde ich. Da kann man jetzt echt nichts sagen. Die Grafik für 91 ist schon nice. Ja. Also das gefällt mir schon. Die 3D Objekte und so. Die Pixel Art. Die Pixel Art von den Aliens gefällt mir nicht so. Oh ja. Ich bin schon, bin schon weg. Okay. Den hatten wir. Fuel haben wir, haben wir noch. Ähm. Fliegen wir doch mal. Hier hin. Kann ich von hier aus gleich skippen? Ja. Äh. Spin. War ja auch ne Frage. Wie würdest du Spindrive denn übersetzen? Weil ich mich ja der Drehantrieb lustig gemacht hatte. Ich würde es gar nicht übersetzen. Spindrive is Spindrive. Klingt im Englischen auf jeden Fall cooler. Ach ja, genau. Das sind die Brutemaster. Ähm. Ja. Hatten wir ja auch schon öfter. Die sagen uns auch. Die sind ganz fies. Äh. Dangerous Beings. Galactic fodder. Genau. Also die hatten wir schon. Und wenn ihr, wenn ihr die Übersetzung davon hören wollt, die ganzen Gespräche, die bleiben auch ähnlich. Das war ja auch ein Teil, den ich checken wollte. Ähm. Ja. Ja, also im Prinzip haben wir jetzt die Möglichkeit entweder mit dem Brutemaster oder mit den Cisbeo äh ein Abkommen zu treffen. Und das geht immer darauf hinaus, vernichtet die anderen. Da hab ich keine Lust drauf. Ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass das Spiel auch was anders ermöglicht. Wenn nicht, müssen wir halt neu starten und uns einen aussuchen. Das wäre dann von meiner Sicht schon fast die Brutemaster. Aber schauen wir mal. Ich versuche mal noch andere Rassen zu finden. Vielleicht lässt es sich ja weiß ich nicht. Es waren ja noch fünf andere Rassen da oder so. Vielleicht kann man die irgendwie überzeugen zusammenzuarbeiten. So in der Richtung. Probieren wir mal. Hm. Type A. Okay. Okay. Da bekommen wir Radioactives. So. Dann war das M. Claimed. Genau. Wenn ich jetzt C drücke. Okay. Wenn ich jetzt Escape drücke. Jetzt Escape drücke. Und C. Ah. Dann sehe ich da unten Radioactives. Und die zwei Mining Pots. und dass ich schon 1,3 Monate unterwegs bin und eine Vierer Performance habe. Ah ja. Okay. Mhm. Gucken wir mal. So. Den hätten wir. Da ist gleich nebenan noch ein Unown System und das kostet nur zehn Sprit. Da springen wir auch hin. Okay. Hier ist niemand. Okay. Am Stern ist natürlich nichts zu holen. Da wäre beide Male Wasser zu holen. Also da wir ja eine Kolonisierung vorbereiten, erscheint mir Wasser erst mal gar nicht so schlecht. Ähm. Homebase. Genau. Und dann springen wir nach Hause und bringen gleich die Ressourcen zurück. Ich würde jetzt gerne das aber nochmal angucken. Ah. Okay. Also ein Planet bringt immer nur ein Ressourcenpunkt. Das heißt, wir können pro Run nur drei holen. Gebe ich die dann auf der Station ab? Oder wie läuft das? Behalte ich die? Die behalte ich wahrscheinlich. Die gebe ich nicht auf. Weil es ja so ein bisschen hieß, ja, du gibst die für die Station ab, damit wir die dann bauen können. Ach. Quatsch. Du gibst die ab, damit wir die Kolonie bauen können, nicht die Station. Das gehört was. Aber ich finde das schön gemacht. Ach doch, das ist das wirklich schön gemacht. Und ich dieses Feld durch und so. Das gefällt mir sehr gut. So. Refit. Sequence complete. Äh. Ist einiges an Zeit vergangen. Aber wir haben halt den Kram wieder äh, behalten. Und wir haben Mining Pots wieder bekommen. Okay. So. Da waren wir noch nicht. Unknown. Da hinten. Diesmal finde ich so ein bisschen System da rangeben und so weiter finde ich schon ganz spaßig. Also mir macht das schon spaß. Ich will jetzt nur auch noch mal euch zeigen, wie man hier abspeichert. Alt G. Genau. Ah ja. Okay. Okay. Ich glaube das waren die Safe-Times vom letzten Mal. Kann das sein? So 123456789. Das klingt so nach mir. Okay. Oh, hier ist einiges los. Also. Organics, Organics, Water, Water, Home, Home. None. Nicht Home. Metals. Okay. Ich denke, Metals sind wichtig. Organics sind wichtig. Und ich will jetzt noch den... Ah, guck mal. Hier. Ah. Alle grauen brauche ich gar nicht. Grün, Organic. Ah, okay. Normal Mining Colonies. Okay. Ich gehe jetzt aber trotzdem noch nicht zurück. Scheint mir irgendwie als Verschwendung. Bin mir nicht sicher. Ah, ja. Secret base here. You find friends. We won't give reward. We reward you. Clever you. Reward? You destroy any world, planet, defense station, we desire location, give you great reward. You destroy any station, we trade much. No data here. No info here. All data info. Held. Die. Dinium. Captains. Sorry. Data lacking. Apology. No data. Mhm. Okay. Also wir müssen eine Station zerstören. Also wenn wir eine von den beiden zerstören, geben die uns irgendwas. Ich hätte ja Bock, den C-Cist-Dingens in den Arsch zu drehen. Okay, gut zu wissen. Das ist... Bei den anderen stand immer Home. Hier steht nur Base. 24. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt. Ich habe mich gefragt, ob das das Performance Rating erhöht. Okay. So, äh, Moment. Ha, wie lange ist es da hin? 129. Okay, dann könnten wir nochmal... Da könnten wir noch hin. Da waren wir überall schon. Ich finde, ehrlich gesagt, dieses Rotieren und so ziemlich irritierend. Das sieht gar nicht schlecht aus. Da könnten wir... Gut, dann müssen wir jetzt erst nach Home. Wieder zurück. Äh, neue Miner holen. Mining Pots. Okay, Reflect Sequence Komplett. Cold, Cold, Brutemaster, Base, Unknown. Und dann... Das war eine andere Welt wie eben, aber... Ich fände es auch interessant, wenn man Treibstoff finden könnte. Ja, man kann, glaube ich, Treibstoff handeln, aber ich fände finden auch ganz interessant. Eine Brutemaster-Kolonie. Okay, das bringt uns, glaube ich, nicht viel, mit den Brutemaster nochmal zu reden. Wenn ich jetzt nach oben... Also, hier komme ich... Hä? Die Steuerung ist... Okay, ich kann jetzt nur noch Zwischeninformationen... Okay. Mit Maus geht es zum Glück, mit den Tasten. Ist die Steuerung auch nicht gut, das muss ich im Hinterkopf behalten. Okay. Dann hier hin. Weil, ich bin mir nicht sicher, wie soll man denn sonst nach unten kommen, ne? Ne, mir den wollen wir uns nicht anlegen. Noch ein Brutemaster. Ja, ist ja gut. So, weil... Zurück sind 155. Könnt ihr jetzt also nochmal sowas in die Richtung... Da könnte ich noch hin. Und dann komme ich hoffentlich noch zurück. Wahrscheinlich könnte man diesen... Notfall-Jump benutzen, aber da hat man ja auch nicht viel von. Weil man dann alle Ressourcen verliert. Ah ja. Die Lutin. You are human warship pilot. Query interchange is permissible. Query, you are desirers of interchange. Interchange affirmative. Query, do you seek what interchange pattern? Possible, aggressive, mutualistic, instructive. Äh. Moment. Ich würde gerne speichern. Habe ich jetzt auf 9 geschickt? Ja, habe ich. Ah, okay. Man kann den einfach anklicken. Ähm. Das möchte ich gerne nochmal probieren. Ähm. Falsche Taste. Sorry. Ähm. Wie kann ich laden? Halt L. Das ist... Cannot load during safe battle. Okay. Dann ist das eine gute Übung. Schließen die das ab? Das kommt gar nicht an. Dann müssen wir mal ran. Ah. Okay. Kann ich mal nach unten? Ne. Ich kann nur noch nach oben steuern. Interessant. Wenn es kaputt geht, kann man manchmal dann nur in eine Richtung steuern. Gutes. Mag interessant klingen. Spiel. Frisch ist es nicht so. Kann ich denn hier? Hä? Okay. Also mit der Maus geht's noch. Sind das so Funken, die da wegfliegen? Die Cursor-Taste nach unten geht nicht mehr. Jetzt ein Zufall, wenn meine Tasse kaputt ist. Das müsste ich jetzt erstmal prüfen. Ist aber vielleicht sowieso der richtige Zeitpunkt, um das Ganze nochmal abzubrechen. Weil ich würde gerne den erst Show of Force machen und dann vielleicht mit denen kämpfen. Also da schauen wir nochmal. Ich würde sagen, bleibt auf der Lauer, bleibt uns gewogen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin, ich mache hier gleich nach weiter. Also die, die Aufnahme geht gleich weiter. Für euch dann übermorgen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Bis gleich.